hallo ich grüße euch zum teil 7 wir gucken mal was unser handelssystem gerade tut ja wir sind hier noch bei 440 wir sind also am zweiten tag also nicht ganz noch nicht ganz 24 stunden rum nachmittags angefangen ja was sehen wir denn hier wir haben denn den dax 30 und wir sind im minuten chart ja und wir sehen im macd einen radius in grünen da würde ich sagen es kommt noch eine kerze das heißt wir könnten theoretisch in das kaufen einsteigen aber erst wenn der radios nach unten läuft und wieder umkehrt weil ich hätte hier eine schlechte position nach oben also macht hier noch mal runter und dann steigen wir unten eingehen hoch warum machen wir das weil die gelbe linie sagt geht abwärts und es gibt es gerade und dann versucht sie hier wieder hoch zu gehen wenn ich jetzt hier einsteigen da dreht man ja weg habe ich mindestens brett in den sand gesetzt ich hätte natürlich ohne chance verpasst aber weiter steigt aber ich gucke einfach mal hier hoch und da sehe ich dass wir ein zwei drei vier fünf kerzen und ungefähr dieser abstand dazu geführt hat dass ihr weggeknickt ist also ist die wahrscheinlichkeit dass er das ja auch tut zwar nicht nicht gut nicht gleich groß weil er zieht gerade los aber ich mache trotzdem nicht ich warte mal lieber noch bis das hier rot wird und habe lieber mal mal gucken noch ein bisschen steigen lassen da nehmen wir noch mal ein short rein ja eine schwierige entscheidung also man könnte jetzt doch spekulieren das jetzt hier ist ein besonderes vorteil eins ist jetzt eigentlich kein grund warum da hier so los zieht wir gucken wir ob es in irgendeinem währungspaar was los ist ach ja hier wo haben wir noch irgendwelche komischen sachen hier ist alles ruhig so eine hohe kerze hier das kann schon so die ursache sein dass er also hier anfängt us sonder zu steigen mal das sieht ganz gut aus wir tun immer verkaufen was hier passiert also mal zwei kann manchmal vier kontakt vier kontakte acht kontakte in minus und zwar mit der spekulation dass das hier ein radius ist die zwei balken diagramme sind fast gleiche höhe der nächste ist ein roter wenn das ein roter wird werden die alle rot und landen ungefähr hier an der stelle wir können uns eigentlich gleich das set up eintragen gehen im tax im tax immer etwas höher mit dem mit dem stop loss weil hier einfach so sagt die bewegung ist also 800 800 ist ja ein guter wert und dann ziehen wir dann ja wie ermittelt man jetzt die linie vom take profit da gucke ich mir die ganzen tiefs an ich bin ja im verkaufen naja es ist eine rote gekommen wie ich vermutet hatte der williams will in verkauften bereich aber wir müssen sehen dass er hier in der mitte war und hier in den kaufen bereich liegt also ist durchaus möglich dass er noch ein kleines bisschen drüber steigt aber die tendenz ist so dass er hier also rumkommt liegt auch bild daran dass wir hier doch ein leichten abwärts handhaben gegen korrektur also wird es dann hier wieder bank abgehen es nur vermutung es kann man nicht wissen aber wir haben ja schon die zweite rote katze das heißt also die aufwärtsbewegung ist ja ein bisschen gebrochen was hier passieren kann ist dass ich hier zwei radien ausbilden also bis hier her dann hier wieder steigen werden das nicht so gut das würde dann bedeutet dass ihr waagerecht gehen und dann wieder steigt wenn das passiert müssten wir das abbrechen hätten wir also hier 40 euro verlust gut aber wenn man den teufel an der wand mal gucken erst mal dass er was er tut aber jetzt hier über die blaue drüber steigt er zappelt rum hier aber so eine rote kerze schon mal guter anfang und die tochter sind kurz also das sieht gut aus wenn man hier sich die stelle anguckt sind die tochter relativ lang mit einmal bricht es nach unten weg aber es ist nicht ich habe keine riesen gröner recht komfortabler abwärts trend wenn man hier nicht aussteigt an der stelle sieht es ganz gut aus so wo haben wir jetzt hier widerstände oder unterstützung mal gucken also er wollte noch er wollte runter und fällt nicht das ist hier die stelle kann man ja mal eine linie einzeichnen horizontale linie die schätze mal hier her das ist unsere erste markierung so nach oben da ist ja alles hat ja versucht hoch zu gehen ging nicht weil wir sind eigentlich schon oben das ist auch ein widerstand also wenn da hier gefallen ist und dann blaue kratzen sich ausbilden und dann doch nicht steigt und wieder fällt dass das hier eine widerstands linie können wir auch noch ein zeichnen die satz mehr hoch so also hier dazwischen passiert was und kann ich also es riskieren mein stop hier noch etwas runter zu ziehen zu und da haben wir natürlich hier wieder optimal erwischt da ist er jetzt wirklich hier bricht und es sind ja 100 euro drin war da haben wir jetzt schon ein viertel des dages so ist haben wir jetzt eigentlich schon verdient bei 10 66 müssten wir also rauskommen heute dann hätten wir unsere drei prozent reichlichen drei prozent wieder erreicht was man jetzt versuchen könnte es aber sehr riskant hier noch mal nachzulegen weil diese katze die haben natürlich auch leute gesehen die im fünf minuten chart unterwegs sind weil die doch relativ groß ist sie zieht noch mal zurück sehen was passiert so was man hier sieht ja hier an der stelle wenn die blaue linie hier schon wieder umdreht und leicht nach unten geht kann man also wenn den punkt daran wo die sich treffen das ungefähr hier und wenn der hier nein sticht also die blaue in die gelbe rein sticht dann besteht die chance dass er hier nach unten weg geht wenn die sich nicht treffen also wenn die alle beide parallel laufen ist die chance groß dass er hier nach oben geht deswegen hängt es ja davon ab was die blaue linie tut hier das gefällt mir gerne hier dieser dieser blaue aber ich schiebe es mal darauf dass die leute die ihrem aufwärts trend waren verkauft haben die haben gesagt das wird nichts mehr das ist mir hier zu heiß hier kommt ein widerstandslinie ich tue mal erschließen so wenn jetzt verkaufen würde das bedeuten dass der kurs sinkt das ist auch das was wir gesehen haben und dann sind die leute natürlich schaut gegangen und wenn da sich aber hier nicht beeilt runter zu gehen dann steigen hier oder aus haben wir eine ganz kleine korrektur so ist ein bisschen eine schwierige sache was das nun passieren könnte so werden dass ich ja noch eintritt ich denke mal hier alles was plus minus 40 euro ist das können wir hier in dem lehrgang einfach mal unter spaß gehabt berufen hier sitzen radios aus guck mal genau hin hier ist ein radios drin also die wahrscheinlichkeit dass er hier hoch steigt ist groß wir sollten also die position hier mal zu machen bei einer günstigen gelegenheit also kleinen gewinn es sei denn abbildet naja genau das ist mir hier zu heiß weil die gefahr besteht dass er hier wieder eine grüne ausliefert hier an der stelle sollte fast sagen die kommt jetzt als nächste wenn der hier läuft haben wir hier eine grüne wenn wir eine grüne haben geht es hoch da wird man aber dann kaufen das ist genau die situation wird vor dem man sich in acht nehmen muss die gelbe linie macht ihr langsam ein radios und die blaue bleibt gerade ja jetzt haben wir natürlich jetzt in der späsch ja da gibt es sogar back ab nachschub schwierig es ist schwierig zu entscheiden was hier passiert ob das jetzt nur es sieht zerrissen aus sieht so aus wie hier hat die gelbe linie hat eine widerstand also hier oben kriegen widerstand da könnte also hier noch ein bisschen zurücksetzen und könnte einem hoch noch mal einsteigen und noch mal ins verkaufen gehen wir sind noch 100 und 100 20 40 bis zu 500 also muss man noch ungefähr 200 schaffen wenn wir sehen ob wir hier eine andere möglichkeit finden hier ist nichts zu holen jetzt auch nichts zu holen was haben wir denn hier liegen in der mittel drin also käufer und verkäufer ausgebogen und die linie geht gerade das ist nichts ja so was jetzt hier haben wir eine kleine wende nach oben da wird also hier noch weg drehen weil man sieht dass die gelbe linie sich hier ergänzt hier hoch ja geht nur runter aber wir sind auch schon ziemlich weit und hier ist es hoch hier unten sind die tiefs also hier unten noch in verkauf gehen das lohnt nicht dann lieber warten bis er gedreht hat und kaufen weil wir hier dann von unten bis hoch gute chance risikowalten das haben was sagt uns dieser hier hier ist nix los wir gucken mal hier rein vielleicht fällt uns doch noch was anderes ein dass man hier machen könnten wir haben hier ein tageschart stundenchart was ist denn hier los geht da denn nicht hier macht er nix ach ja guckt das ist ein starker abwärts trend also diese diese ausbeulung hier hat genau diesen verlauf verursacht jetzt schleicht er hier an und bleibt parallel in einem gewissen abstand in minus und das sorgt dafür dass er hier gerade läuft das hat zwei gefahren erkennt er nämlich nach oben nach unten weg drehen und das könnte natürlich unser setup zerstören deswegen lassen wir die sache hier mal weg so was können wir noch machen wir können uns auch mal bei aktien angucken wir haben ja noch ein bisschen zeit noch vor der stunde man kann natürlich mit differenzkontrakten auch aktien handeln ist eigentlich kein problem da suchen wir uns aber eine raus die nicht allzu teuer ist und zwar als folgenden grund teure aktien haben nicht das bestreben dass es so lange sehr große gewinn und quatsch mit der volatilität haben also die keine große bewegung dann ist so was ich jetzt also ich hätte ja heidelberger druck gesehen aber das haben sie ja nicht das ist eine kleine akte die mit schöner bewegung ist kommerz bank können wir machen die ist klein das weiß ich mal gucken ob man sich ja was tun kann so kommerz bank hin und dax hier rein so lassen wir uns ein diagramm machen was in der mitte na gut aber sagt man nicht wir machen auch noch die charteinstellungen ich zeige einfach mal dass man hier mit differenzkontrakten auch in aktien gehen kann bei aktien sehen wir auch schon wo das problem ist weil ihr genau hinguckt er erkennt das hier was heißt das also wir sind in fünf minuten chart wir haben entspricht dieser größe und wir haben hier ungefähr sieben mal den spread drin in einer relativ kurzen zeit also das ist hier ungefähr eine stunde aber guck dir schon mal diese monster kerze an das hier ist es innerhalb einer von fünf minuten ist da hier um 100 punkte gefallen hier noch mal aktien ist ein großer gefahr wenn man die schadet sollte man sich einfach mal überlegen also wenn sowas passiert dann ist irgendwie in nachrichten irgendwas gewesen oder nachher nicht so aber hier das ist selten also eine steigende steile katz ist selten das sieht man häufig so jetzt wäre die frage lohnt sich das ich würde sagen wir verkaufen mal ganz schnell wie wir machen wir hier na ja noch haben wir 11 immer 400 können wir schon mal kann man schon mal loslassen also wir gehen hier mal rein und gucken mal wie schnell das hier läuft ja aber ganz gut geschätzt da noch eine rein ja noch mal 400 also man muss immer dann das multiplizieren und man muss wissen wie groß der hebel ist also wie groß mein verhältnis zwischen dem was ich hinterlegen muss und dem was die was die position wert ist also wenn ich hier eine 400 position habe und eine einzelne bei 11 euro liegt also liege ich ja bei 4400 ist das hier 4400 genau so und da muss ich natürlich hier dann entsprechend margin hinterlegen so ich denke mal sollte kein großes problem sein hier und gewinn zu generieren fallender kurs ist das hier noch wir haben also gute chance dass ich hier noch mal seit letzt geht weil die die sache sieht genauso aus wie die wir liegen ungefähr an einer höhe da ist unten drauf gelaufen aber was sehen wir noch wir hatten also hier und starken abfall hier eine gegenbewegung und die blaue linie schneide die mittellinie und wir haben hier unten starke rote balken nach unten unter williams in minus der sollte also ermöglichen dass wir hier was sehen hat er hier schon was geschlossen markt so was gehen wir hier ein bei aktien würde man sagen so minus 150 ist ein guter wert das muss man dann immer einschätzen die positionsgröße wie gesagt rechnen muss ich vorneweg aus und zwar immer so dass man hier irgendwo zwischen ein und zehn prozent liegt zehn prozent wenn man sich relativ sicher ist dass es bergab geht oder bergauf und wenn man hier so in der mitte rum krebs und man nicht weiß was passiert dann eben lieber nur ein prozent riskieren wir sind also hier noch nicht richtig komfortabel unterwegs ist es um ein bisschen nach oben gegangen wir lassen es einfach mal laufen nur dass wir mal ein beispiel sehen was auch mit aktien anstellen kann wir zeigen mal noch mal den stundenchart dann mal gucken wo wir liegen naja wir liegen hier eigentlich am ende man hätte vielleicht das lieber nicht tun sollen was bestimmt die gefahr besteht dass er die nächste zeit dreht hier unten haben wir ein minimum und ist ohne guter das sieht so aus es aber steigt hier können wir auch sehr komfortabel einsteigen zum kaufen das sehe ich jetzt gerade hier also das kennt in der nächsten stunde könnte der märzbank aktie ordentlich nach oben ziehen das veranlasst mich dazu hier im knappen gewinn zu schließen wenn es irgendwie geht man hätte eben hier wirklich mal gucken sollen noch mal zurück aber momentan ist noch keine große gefahr dass ich hier die 11 euro einbüse aber ich bin gewarnt also immer etwas hoch schalten stunde und da sieht man hier dass man noch mal eine chance haben hier rauszusteigen aber der gewinn hier unten das sieht eher nicht so danach aus als chancenrisiko breiten das sieht nicht günstig nach wir müssten eigentlich um im kaufen sein und da können wir machen außerdem bewegt sich kaum ist also nicht so richtig prickelnd ja mit der aktie gut ich lasse aber jetzt nicht alleine ich lasse jetzt mal hier auf fünf minuten und gucken wir mal an habe ich hier wieder ohne schrammen rauskomme weil es gefällt mir nicht wo liegt gestern ich habe die position hier eine kitzekleine blaue kerze ich habe hier eine linie wenn ihr sowas seht ist manchmal ein wir müssen auch achtung geboten das klettert nach oben und wir haben hier noch was bis hier also wenn sie hier solche wimpel ausbildet das riecht noch danach dass wir die eingeklemmt und da besteht die gute chance dass er ja ordentlich nach oben zischt genau wenn das nächste mal hier gewendet hat dann treffen die linie hier treffen dann hier oben rein und dann wird es wahrscheinlich passieren in manchen fällen passiert es auch dass das nach unten raus knallt aber da muss der vorhergehende verlauf auch negativ sein und das ist ja hier nicht der fall weil wir kommen von oben und haben hier im prinzip fast ein boden ausgebildet also eine störzone im prinzip müsste der verlauf so sein hier ist eine störzone drin und dann versucht er jetzt hier wieder zu korrigieren das wäre hier der boden wir sind also knapp über dem boden im steigen erst wenn man das hier so interpretieren will also solche sachen kann immer mal kommen dass er hier mal weg zieht und groß investoren ja einfach mal was kaufen und verkaufen ist ja so aus typischer verlauf von der spekulation also hier einfach mal bei dem ding hier reingekauft dass er hochgelaufen hatte keine kraft noch mal reingekauft und so weiter also das sind so das sind so die verläufe das ist ein normaler verlauf der aus den zinsen kommt und da hat also hier mal ein groß investoren ordentlich zugeschlagen so wir sind ja bei 9 also immer sieht zu dem was man ja im forex handel oder im dax handel erreichen kann ist das alles lahm her also ich habe jetzt hier eine gerade achte das ist alles nicht so richtig schick und wenig bewegung drin was man machen kann ist auch kleine kleine aktien an england kaufen also sind auch manchmal aktien dieser günstig sind relativ viel stück kaufen muss die ordentlichen bewegung sind und wo man dann auch wieder minimum kauft und maximum verkauft und wir haben glück dass er nach unten läuft aber wir sehen hier auch wieder ich kann ja auch noch mal ein zeichnen ja diese diese linie hier ja da ist also nicht viel luft das ist ja noch bisher her und dann wird er sich überlegen nach oben zu gehen haben wir auch wenig chance nach hohen rad ist es fast eine gerade also wird er ganz leicht hochziehen sieht nicht so aus ob er hier runter will obwohl der der williams uns das sagt ich würde das experiment einfach mal brechen weil die chance dass es hier noch besser wird nicht groß ist mal die 8 euro die drücken wir ja in staat und wir gucken mal was der dax macht der dax pennt ist also hier nichts los das tut der märzbank klicken wir weg ja gut wir gucken mal ob sich jahre und zucker haben wir auch noch tun wir gucken noch mal im euro us dollar ob sich ja wieder was getan hat hier sieht es gut aus wir sind am minimum wir könnten ordentlich reinkaufen wenn der übergeordnete trend stunden trend sagt dass wir hier ein ordentliches chance risikoverhältnis haben das würde ich mal sagen also wenn wir hier an die oberkante ran laufen könnten wäre das sehr komfortabel euro us dollar dann immer mal ein lot lots und 100.000 und zack können wir kaufen richtung des kaufen hier haben wir natürlich hier eine margin von 1000 und sind mit einem lot unterwegs also namen hebel von 100 das heißt eine ein teil muss ich liefern und 99 teile legt mir der liquidität liquiditäts pool dazu also der broker muss ich also so vorstellen ich setze also 1000 euro und der broker legt noch mal die 99 fache menge dazu und mit dieser mit dieser gesamten summe bin nicht im markt da kann man sich vorstellen wenn der kurs sich jetzt um 0,5 prozent ändert neben ein prozent ein prozent ändert in zwar gegen mich läuft würde das genau bedeuten dass diese 1000 euro weg werden so andererseits würde wenn also die positionen sich um ein prozent steigert dann würde ich das die die marge noch mal doppelt verdienen also da hätte ich dann noch mal 1000 drauf nur ein prozent ein prozent von 100.000 tausend so wird es dann nach oben gehen nur mal zur erklärung wie diese werte zustande kommen das ist also wenn ich ein lot genommen habe und nicht hier bei 1,10 bin muss ich ungefähr 1000 hinterlegen wir hatten also vor diesen euro turbulenzen hier auch margins die 1 hebel mit 1 zu 200 aber das haben sie jetzt momentan reduziert auf 1 zu 100 bei einem doch ganz schöne bewegungen hier in kursen ist hier bei einem lot gehen wir ungefähr somit mit 250 und 300 so ist ein guter wert und dann take profit auch so in der kursen ordnung und dann ziehen wir uns das wieder gerade so wie man sieht sieht er schon wesentlich freundlicher aus die wahrscheinlichkeit dass er hier und nur drunter drunter geht ist nicht allzu groß und der take profit naja eine vernünftige anlage annahme ist hier wir gucken mal was man hier mit erreichen mit diesem setup können wir einfach noch mal rein nur ja zu 500 euro das ist wenn das hier funktionierte setup nach oben hierher hätten wir also das geld heute verdient und könnten ins in den feierabend begeben ich könnte natürlich frech sein und noch ein bisschen nachschieben aber bevor ich das tue zeichnen wir erstmal wieder eine linie ein und zwar eine trendlinie von hier her minus naja sieht gut aus hier unten das wird waagerecht werden die grünen nehmen ab es geht das gleiche noch hoch was sagt mir hier mein ja das sind wir weit genug weg ich denke mal dass man hier den tag profit noch ein bisschen ran ziehen müssten ich denke mal ich kann mir das leisten den hier herzustellen also wir haben ungefähr diese menge können wir sagen das ist ein gutes setup ich habe also hier noch genug luft dass wir hier noch mal ein bisschen durchschwingen kann ohne dass leite positionen grillt und wenn er von hier hoch steigt ich denke mal das wird das hier ein gutes setup da sind wir so bei 250 euro wird schon mal schätzen mal sehen ob das stimmt ja dummste 300 aber man darf nicht gierig sein man muss da immer gucken so gut ich denke mal wir haben das hinreichend erklärt wie man also die richtige positionsgröße bestimmt ist ein vernünftiger wert hier wir gehen immer in fünf minuten rein mal sehen wie es dort aussieht ja wir sehen auch dass es hier ein bisschen zeitwärts geht ein bisschen hoch und runter vielleicht läuft er bloß bis er her müssen wir mal gucken das sieht erstmal ganz vernünftig aus ja gut hier um fünf minuten sieht es natürlich so aus ob er hier noch mal nach unten ein radius ausbildet aber schaut es mal nicht überbewerten da hört ihr auf und dann mag er wieder nach oben wir könnten natürlich jetzt mal den test machen und hier mal an der stelle ein hedging probieren und zwar für den fall dass er nach unten läuft das mache ich jetzt mal hier das heißt was bereiche schätze die position läuft gegen mich ich hätte erwartet dass er nach oben geht tut es aber nicht damit ich jetzt aber in die position hier runterläuft diesen gewinn mitnehmen kann mache ich einfach eine gegenposition auf und lösche die gegenposition wenn er tatsächlich nach oben dreht und genau in dem moment kann ich hier an der stelle wieder eine kaufen eröffnen weil ich habe ja hier geld verdient und das geld kann ich natürlich einsetzen um es in die richtung zu beschleunigen und damit habe ich den kleinen verlust den ich erlitten habe weil er runtergelaufen ist im prinzip kompensiert ich muss es bloß weit genug laufen lassen ich darf es nicht vorzeitig beenden und ich muss darauf achten dass in so einem falle ich dann wenn er dreht in die richtige richtung noch eine zusätzliche position öffne weil jetzt verdiene ich gerade nicht ich habe also die gleiche positionsgröße in plus und in minus ich mache es weiter nichts als risiko begrenzung so wenn der mir jetzt hier runterläuft und ich hätte das nicht gemacht dann hätte ich das natürlich hier als minus auf dem konto gehabt das kann jetzt nicht passieren weil der wird jetzt in plus laufen und der wird dem anderen in dem abstand hinterher laufen also der verlust ist immer genau dieser abstand und den schiebe ich jetzt hier runter und wenn er unten aufgeschlagen ist durch den löschen und starte von unten eine kaufen position weil er ja wieder zurück will und beim zurücklaufen wird er mir diesen verlust den er hier erlitten hat ausgleichen und wenn er von unten diese linie nach oben durchsticht dann lösche ich das und das ist auch das wie ich gestern diesen germany 30 noch gerettet habe der in die falsche richtung los gestartet ist genau mit dieser methode und das kann man natürlich spiegelbildlich auch machen wenn man eine verkaufen position hat dann sichert man sie ab mit einer gegenposition und man könnte wenn man das wollte die gegenposition noch ein geringfügig größer machen müsste aber dann zwei eröffnen damit man eine dann schließen kann wenn man dreht sonst funktioniert es nicht also man tut immer in der marktrichtung die position etwas größer wählen wie gegenmarkt so jetzt ist die frage wie lange das hier noch geht mein video ist gleich zu ende wir haben jetzt die gegenposition klein gewinn das könnte man ja noch abwarten die eine minute ja wir sehen also hier wie das hedging funktioniert haben also hier dann gleichen gewinn an dieser stelle das ist unsere position hier warum hat er ja nichts gemacht euro esternal auch stimmt bewegt sich nichts das ist schon ein bisschen seltsam ja stop loss braucht man bei hedging übrigens nicht könnte ich also hier löschen weil der verlust wird nicht größer als dieser abstand passiert einfach nicht warum wir hier unten nicht aktualisiert kann ich euch allerdings nicht beantworten keine ahnung das müssen wir einfach mal abwarten doch doch hier hat also hier jetzt ist es bei minus drei komma acht ja ich habe noch eine halbe minute also wir werden das jetzt noch sehen dass er jetzt noch grün wird und der browser lädt gerade nach also wird wahrscheinlich jetzt hier die kurse nach liefern das ist auch mal eine unschöne situation wenn der browser hängt und man also zu spät erfährt wenn er gedreht hat hat er aber noch nicht gemacht wir warten das mal ab bis er unten drunter läuft damit ihr seht wie man dieses hedging produziert so wir sind hier wieder auf der gleichen höhe wie hier vorne aber wir haben hier noch keine gerade linie damit noch etwas sehen drücken wir hier ein bisschen vergrößern und gucken uns mal den verlauf genau an damit wir den richtig erwischen also das ziel ist die rote linie die rote position die verkaufen position zu löschen wenn er anfängt hier ein radius auszubildenden kurs und zwar möglichst dann erst wenn er anfängt hoch zu gehen also man hat natürlich bei der hedging method ein bisschen verluste und zwar weil man nicht weiß wie tiefer runterläuft wenn ich genau wüsste er würde bisher laufen würde ich natürlich hier abbrechen weil ich dann weiß dass er hoch geht das weiß ich aber nicht sondern ich gucke mir an dass etwas mehr wie hier also ich würde sagen wenn die nächste kerze hier wäre wäre dann hier der punkt erreicht wo ich sagen kann okay ich kann diese gegenposition löschen weil er ja wieder meine richtung läuft er soll ja in kaufen gehen so naja es wird noch ein bisschen dauern bildet hier schon die zweite blaue aus er ist aber immer noch nicht waagerecht müssen wir noch mal vergrößern damit wir ein bisschen was sehen ich möchte ja dass wir das wirklich richtig erkennen könnt und wann dieser punkt kommt so was ist jetzt hier zu sehen die tochter werden kürzer sind die tochter kurz ist die ist dieses verhalten dass man sich nach unten bewegen will immer geringer und wir sehen auch dass er hier anfängt langsam zu wenden es ist aber nicht ausgeschlossen dass noch zwei drei rote kerzen noch kommen aber viel schwung hat er nicht sehen wir ja hier und warum nicht weil wir hier schon tiefer sind als als auf dieser stelle wir haben wir ja eine unterstützungslinie unterstützungslinie weil hier abgeprallt ist und dies haben wir auch hier gesehen das korrespondiert mit dem wenn er unten durchgebrochen ist ist also zu erwarten dass er hier an der stelle naja jetzt hängt er schon an zu kitteln und zu wackeln hm es kommt noch eine rote ich spreche mal ab wird das video jetzt zu lang ich spreche mal ab